Es gibt etwas, was ihr von uns beiden noch nicht wusstet. Wir sind nämlich Allrounder im Sport. Und deswegen machen wir mit bei den Olympischen Winterspielen in Sochi 2014. Auf der Zielgerade bin ich hängen geblieben, Alter. Das kann es nicht sein. Ja, sie muss gewinnen. Verdammter Crap. Der muss sich von allen abheben. Ach, jetzt hat jeder noch einen Mitspieler bekommen. Ach, jetzt hat sich Pichwadio geangelt. Schauen wir uns jetzt aber nicht an. Oh, der Glückspilz. Also bei dem Aussehen da so eine geile Tussi. Ja, vor allem Mario opfert sich immer für sie auf, rettet sie und was macht sie? Wen hat Mario? Hä? Mich? Ich bin die bessere Wahl. Das ist ja geil auf Tiere. Nein, auf mich geil. Ich bin die bessere Wahl. Ich bin nicht so hilflos. Okay. Ob ich das probieren soll? Ja, das geht doch nicht schon mal anders. Ach nee, das geht nur mit Hilfe der Sprungschanzen dort unten. Okay. Also so geisteskrank bin ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Voll ins Ausgeschraub. Aber völlig ehrlich gesagt, wollte ich die andere Sprungschanze nutzen, aber nicht um nach links zu kommen, sondern um weiter geradeaus zu kommen. Aber das habe ich jetzt richtig verkackt. Also das war echt schlecht. Auch das ist noch locker möglich. Aber ich führte, da reicht die Geschwindigkeit nicht aus. Nein. Bewegt deinen Hintern. Ach shit. Er macht doch gar nichts. Er sitzt doch nur. Ja, trotzdem. Faule Saudi. Ja, du aber auch. Gut, Torwart, du hast ihn. Was war denn das für ein Pass? Ist der Torwart begriffed? Er hat ihn sofort wieder zurück zum Gegner gemacht. Nein, jetzt habe ich aussehen noch schießen gedrückt. Das wollte ich ja gar nicht. Hey, was ist denn jetzt los? Was war das jetzt? Ja, ich habe einen Superschuss aktiviert und wollte es gar nicht machen. Obwohl, wenn ich schon jetzt hier vorm Torwart bin, zocke ich natürlich drauf. Aber wieder nichts. Was soll das, Leute? Was macht ihr denn da? Nein, nicht da drüber hüpfen. Ja, und los. Ah, du hast dich getroffen, du hast dich getroffen. Was, das kann doch gar nicht sein. Natürlich kann es sein. Du musst natürlich schon ein bisschen zielen. Scheiße, das war nicht ganz perfekt. Natürlich, alles über 9 ist geil. Boah, der Sprung war aber scheiße. Boah, zu früh, shit. Der war voll scheiße. Ja, das hat mich so nervös gemacht. Ich wollte auf keinen Fall zu spät abspringen. Was machst du denn? Was macht er denn? Die Bewegungssteuerung, die funktioniert nicht. Halt es gerade, halt es gerade. Ja, das geht nicht. Schau mal an, was das macht. Das will mich hier verarschen. Schau mal an, das will mich verarschen hier. Ey, die Bewegungssteuerung hasst mich. Hast du das gesehen? Was zum Geier? Ich habe alles kalt nach rechts gezeigt. Das hat voll nach links gelengt. Was hätte ich denn da machen können? Ich kann das bestätigen. Sie wurde am Ende betrogen. Ich wurde verarscht. Wie mache ich das jetzt langsamer? Geht es gar nicht? Langsamer geht nicht. Du kannst es schneller machen. Ja, der bleibt doch... Nee. Der bleibt nicht im Roten. Nein. Aber er bleibt auf jeden Fall mal drauf. Und das sind Punkte. Bleib beim Weißen, bleib beim Weißen, bleib beim Weißen, du Arsch. Tja, aber drauf ist er. So, ich habe jetzt wirklich nicht stark gemacht. Also wenn der da in die Hölle fliegt, dann weiß ich nicht wieso. Oh, Fläser ist sogar ein bisschen zu schwach. Oh, Scheiße. Wisch, 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 wisch. Scheiße. Nein. Nein, das wird niemals was. Das wird niemals. Der kommt dann nicht mal zu der Linie. Fuck. Hallo, das ist Peach. Oh, Mann. Der hat keine Kraft, Mensch. Hä? Ja, wo war jetzt bitteschön mein Wurf? Ja, frag mal, was? Was ist denn ein Verarsche, Mann? Ja, der bringt auch das Putzen nix. Das wird nichts mehr. Das wird nix mehr. Oder? Komm schon, komm schon. Ihr müsst irgendwie den scheiß blauen Rand erreichen. Das macht weiter. Putz doch wieder. Putzverband, mach. Das wird nix. Du kannst noch so sehr das Eis. Ich hasse Curling. Nur weil du es nicht kannst, Mann. Weil die Bewegungssteuerung sagt. Verachte, ver... Ja, es gibt der Bewegungssteuerung die Schuld. Ich habe dich beobachtet letzte Nacht. Ja, ja. Du da rumgeschraubt hast. Ja, ich habe mal was anderes gemacht. Aber nicht da dran. Alles klar. Oh, Mann. Was? Schwinge etwas länger und langsamer. Deine Schwinge sind zu stark. Also wirklich, Mensch. Also, willst du mich verarschen? Alter, du darfst nicht mehr so machen. Jetzt müsste der das echt dir verweigern. Lol. Oh, da kommt man doch voll kaputt an da oben. Aber ich bin wieder... Erst da. Aber leider fast am Arsch mit der Ausdauer. Und je niedriger die ist, desto mehr zittert man beim Schielen. Äh, beim Schielen. Ja, beim Schielen. Schielen sollte man nicht. Ach so, jetzt... Scheiße, ich Idiot. Ich habe nicht auf das Bild geguckt. Welches ist es? Sagst du dir das denn? Ich habe auch nicht geschaut. Ach, komm. Bis du bist da abgelenkt. Dann kann ich ja nicht sterben gehen.